Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute World of Tanks. Es ist Wochenende und ich spiele vier Runden. Ich probiere bis dahin zu kommen, bis zu 85. Ich spiele immer die mit den zweimal Sternen. Also ich fange mit Typ 430 an. Wenn der Stern weg ist, gehe ich zum Chinoo rüber. Wenn der Stern weg ist, gehe ich zum Kusander rüber. Aber wenn der Kusander weg ist, gehe ich zu 85. Allerdings, wenn ich die ganze Zeit verliere und bei Typ 34 nicht weiterkomme, spiele ich die ganze Zeit der Typ 34. Aber wir probieren natürlich zu gewinnen. Deswegen 1, 2, 3, 4 Runden. Hoffentlich bis zu Zoom. Deswegen viel Spaß. Los geht's. In die erste Runde geht auch schon los. Mit dem T34. Ich probiere ein bisschen taktischer zu spielen. Ich habe vorhin, also Video von gestern, zweimal schnell probiert zu spielen. Und beide Male total verloren. Jetzt probiere ich ein bisschen. Danach habe ich zwei taktischer gespielt. Dann haben wir beide Runden gewonnen. Das war nicht wegen mir, aber... Vielleicht doch wegen mir. Ich glaube es nicht. Deswegen spielen wir jetzt so taktisch weiter. Ah, ist weit weg. Chris Lee. Er lädt aber schnell nach jetzt. Meine Güte. Hm. Volltreffer. Volltreffer. Und... Der ist dahinter. Hinterm Stein. Nein. Schön, 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 schön. So, und was war die erste Runde? Erster Sieg. Ich habe so ein Gefühl, es wären vier gute Runden. Oh, ich war ja gar nicht mehr so schlecht. Oh, ich war ja gar nicht mal so schlecht. Es waren vier Leute mit mehr Schaden vor mir gewesen. Vielleicht nicht zwei Kills. Vielleicht nicht zwei Kills. Ach, egal. Gut, warte geht's. Nächster Panzer. Nächster Runde. So, jetzt geht's weiter mit den japanischen Chinu. Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei, ich spiele taktisch. Ist ein mittlerer Panzer. Also alleine kommt er nicht weit. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Dorthin. Warum dort? Oh, Beier. Wir sind bewegungsunfähig. Tester geprallt. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Schade, schade. Okay. Ich glaube die Runde wird nicht gut ausgehen. Schauen wir mal was die anderen machen. Ein schwerer Panzer. Kette wurde getroffen. Und ein schwerer Panzer. Das schafft er nicht. Keine Chance. Das bin ich. Ein Hunter mit einem mittlerer Panzer. Da liege ich und brenne noch. Das sind eingekesselt die Beine. Und der schwere ist auch nicht leicht. Fertig sein. Ob er das noch schafft... Ja, ein Panzer hinten ist fast kaputt. Den könnt ihr schnell kaputt kriegen. Der schwere Panzer von Gegner ist auch fast kaputt, aber ne. Ah! Abgeprallt. Naja, also wir werden schon mal nicht die SU-85 heute sehen. Laden, laden, laden. Gut, gut, gut. Dann würde ich mal sagen, ich war ziemlich schlecht gewesen. Aber nicht der schlechteste, aber ich war gestern schon einmal der schlechteste. Na egal. Auf jeden Fall, es geht weiter. Nächste Runde mit Shinoo. Da ist der Shinoo. Ich bin an erster Stelle. Das heißt, viele Viere dabei. Ja. Taktisch spielen. Taktisch wäre ja von außen immer reinzuschießen. Das wäre hier oben. Okay. Ja. 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 Ich werde aber visiert. Von wo werde ich bedroht. Volltreffer! Jawohl. Oh, falsche Richtung. Das ist ja mal wieder beim Panzer. Und? Nein! Den muss ich doch kriegen. Ach, Mensch. So eine Mist. Der ist fast kaputt. Der eine ist fast kaputt. Müssen die schaffen. Nur der da ist. Bisschen gefährlich. Aber wenn der schwere Panzer erstmal weg ist. Weg ist er. Jetzt kommt es drauf an, wie die miteinander spielen. Genau. Das ist besser. Die Flagge einnehmen. Das ist der Gegner zu dir kommen muss. Warum ist er? Warum fährt er jetzt dahin? Dann fährt er gleich runter und macht den Hunter kaputt. Der Hunter ist schon so gut wie kaputt. Er wartet noch. Da bin ich. gut. Jetzt ist er unten. Jetzt zerstört er den Hunter. Genau das, was ich gesagt habe. Was macht der jetzt hier? Hallo? Ist bestimmt wieder auf den Berg hochgefahren, der andere. Oh nein. Es ist nur eine Minute zu spielen. Passt zu der Flagge. Wir verlieren noch. Ah, der Fettlach da. Genau. Ah, hier rechts. Das kann man sich nicht mit anschauen. 4, 3, 2, 1, 0. Das gibt es doch nicht. Noch nie ein Unentschieden gehabt. Mein erstes Unentschieden hier überhaupt. Also ich muss noch mal mit den Chino ran. Na ja, egal. Gut. Schau mal. Ist okay. Okay. Gut. Welchen Platz habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Platz. Nein? Okay. Dann bis gleich. Die letzte Runde mit den Chino und für heute für euch. Ich hoffe. Es wird eine gute Runde. Weil die letzte Runde, die war ja mal. Eigentlich fing sie gut an. Die hätte dann noch gewinnen können. Aber jeder hat immer so eine andere Taktik zum Spielen. Die Taktik von dem Player habe ich zwar nicht verstanden, aber egal. Wie gesagt, jeder spielt anders. Wir haben sie. Da ging voll durch ihre Panzerung. Oh. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ah, und? Zwei Lebenspunkte noch. Eine. Ich muss nur eine Fliege gegenfliegen. Wir haben sie voll erwischt. Ja, die Runde gewinnbar. Die Runde werden wir gewinnen. Keiner weniger. Keiner weniger. Wenigstens ein Sieg noch mal. Oh. Oh. Die stehen von hinten. Am Visieren. Bisschen zurück. Wo wir stehen. Das berührt schon, aber ist schon weit weg. Ja. Wir rollen. Das war mal eine schöne Runde. Schön schnell. Schön schnell. Nicht so wie in Grabe. Gut. 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 Ich würde mal sagen, dass ich die Werbung angucken. Keine dabei. Keine dabei. Schade. Hm. Der zweitbeste aus meinem Team. Und insgesamt der drittbeste. Mit Schaden. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. So. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der Nächsten dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.